nachdem ich im gestrigen video mal mein gesamtes portfolio gezeigt und die strategie dahinter steht erklärt habe jetzt heute mal um die meilensteine die ich mit diesem depot bereits erreicht habe doch bevor wir damit anfangen natürlich wie immer der aufruf an euch den kanal zu abonnieren und auch die glocke zu aktivieren dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt wenn ein neues video online kommt und wenn euch dieses video gefällt dann freue ich mich wenn dem ganzen jetzt schon mal einen fetten daumen nach oben gibt und damit starten wir auch schon gleich hier mit diesem video bevor wir gleich in diese meilensteine die ich mit diesem mit oder mit meinen gesamten investments eigentlich schon erreicht habe reinspringen der hinweis es ist der vierte advent in diesem sinne ein frohen vierten advent wünsche ich euch wir gehen langsam auf weihnachten hinzu und es gibt natürlich auch hier was zu gewinnen denn es ist der dinovent der dinovents kalender das sind 24 videos im gesamten dezember vom ersten bis zum 24 dezember und in allen diesen videos taucht überall mal ein kleiner buchstabe auf und eure aufgabe ist das ganze zu einem oder mehreren lösungsworten zusammenzufügen die dann mit dem hashtag dinovent in die kommentare zu schreiben und dann könnt ihr unter anderem das buch souverän investieren von gert kommer beziehungsweise die aktuelle ausgabe des extra etf magazins gewinnen nehmt auf jeden fall daran teil ich verlinke euch an der stelle natürlich auch noch mal die playlist mit den ganzen videos unten in der video beschreibung und pin natürlich auch das ganze in den ersten kommentaren also das quasi noch als kleiner hinweis wenn wir jetzt so auf die zielgerade zu weihnachten einbiegen aber jetzt möchte ich mal natürlich mit euch über mein konkretes investment portfolio sprechen da haben wir gestern schon gesehen dass ein ganz großer teil hier an der börse investiert ist und ein etwas kleinerer teil in p2p kredite und das ist natürlich aber auch nur mein risikoreiches investment denn natürlich sollte man immer auch ein risikoarmes investment haben sprich man sollte in irgendeiner form zum beispiel in liquide produkte investieren ob das jetzt ein anleihen etf ist wenn man bestimmte regulatorische grenzen vielleicht überschritten hat der stichwort ist hier die 100.000 euro einlagensicherung oder ob man das ganze auf einem tagesgeldkonto zwischenparkt das ist so die risikofreie anlageprinzip und die habe ich natürlich in meine portfolios jetzt so nicht aufgenommen insgesamt kann man doch aber sagen dass derzeit in diesen gesamte asset allocation wenn man so möchte eben diese knappen 12.200 euro drin sind die ihr hier auch im titel schon so wunderbar sehen könnt wie habe ich das ganze aber geschafft hier so aufzubauen und vor allem was waren die entscheidenden meilensteine auf die ich auch so ein kleines bisschen stolz bin also einmal natürlich man hat das geld angespart etwas und dementsprechend dann wenn man es irgendwie gewinnbringende anlegen möchte eben auch an die börse gebracht der wichtige teil war mir aber auf jeden fall eben diesen notgroschen zu haben um einfach ein stück weit auch finanzielle sicherheit zu haben einfach dass man eben wenn irgendwas an unerwarteten ausgaben auf ein zukommt hier flexibel reagieren kann und nicht an sein vielleicht für die altersvorsorge oder für die generelle zukunft einfach mal gedachtes risikoreiches investment daran muss anteile vielleicht an der börse verkaufen muss oder in einem grad schlecht laufenden p2p markt irgendwie kredite liquidieren muss was ja auch immer so ziemlich schwierig ist ist dieses ist dieser notgroschen ein elementarer teil des portfolios und dementsprechend ja ist das eine eine sehr wichtige sache aber wir gucken uns jetzt mal ganz konkret hier die aufteilung meiner investments vor allem an der börse an angefangen habe ich hier im april 2019 da war der erste sparplan also die ersten sparpläne wurden ausgeführt sprich die ersten 100 euro waren dann an der börse investiert das war ein richtig cooles gefühl vor allem als dann ein paar monate später nämlich im september zum ersten mal ein vierstelliger betrag da war die ersten 1000 euro investiert und dann ging das ganze ebenso weiter die ersten 2500 euro habe ich anfang des jahres 2020 geknackt und dann mitte diesen jahres so im spätsommer sage ich mal nämlich im august sind dann hier die 5000 euro die ich an börsen investments aufgestellt habe eben hier auch im kasten gewesen ich erwarte dass ich so in der ersten hälfte von 2021 eben zum ersten mal fünfstellig mit meinen börsen investments sein werde was auch dann gleichzeitig heißt dass man dann langsam in einen bereich kommt wo man vielleicht darüber an nachdenken sollte sein portfolio in einer gewissen art und weise vielleicht auch einerseits zu erweitern beziehungsweise andererseits etwas abzusichern sprich da kommt auch die persönliche strategie natürlich an ob man jetzt hier irgendwie zum beispiel small caps oder noch einen zusätzlichen immobilienanteil dazu nimmt um es mal so eine portfolio erweiterung anzusprechen oder ob man das ganze mit gold absichern möchte zumindest in geringen teilen das ist aber ein thema das ist nicht unbedingt jetzt das aktuellste das habe ich aber auf jeden fall auf dem schirm und das wird dann zu gegebener zeit auf jeden fall auch in mein portfolio aufgenommen werden für alle die es noch nicht wissen ich bin ja ein großer fan vom passive investieren und vor allem setze ich hier auf ausschüttende etfs dementsprechend freut man sich natürlich auch als investor wenn hier die dividende rumkommt und die erste dividende die ich erhalten habe die gab es tatsächlich an meinem geburtstag und zwar knappe zwei monate nachdem ich angefangen hatte mit dem investieren gab es dann im juni 2019 die erste dividende die ersten ein euro zehn die damals ausgeschüttet wurden von meinem asien pazifik etf ein richtig geiles gefühl ich hatte das gar gar nicht so auf dem schirm wusste gar nicht so wann der genau ausschüttet beziehungsweise mir die die ausschüttung gut geschrieben wird und dann habe ich zwei drei tage später gesehen da sind die ersten ein euro zehn angekommen das war richtig cool es war auch gleichzeitig der erste euro dividende den ich erhalten habe und dann ging es im prinzip schon schlag auf schlag weiter ein paar monate später gab es dann die ersten fünf euro dividende auch ein richtig richtig cooles gefühl wenn man einfach sehen kann ja man kriegt hier eben etwas von seinem investierten kapital quasi wieder insgesamt gab es da im oktober 2019 sechs euro 89 und dann gab es natürlich auch den rekordmonat nämlich den dezember wo es über sieben euro gab aber die nächste magische grenze wurde etwas später erst nämlich anfang diesen jahres im april überschritten hier hatten wir zum ersten mal die zehn euro dividende zehn euro ausschüttung geknackt es waren fast zwölf euro die da zusammengekommen sind da haben meine kernposition der developed world und der emerging markets etf und natürlich auch mein europa etf zusammen ausgeschüttet den absoluten rekordmonat den gab es im oktober und zwar über 25 euro also quasi der erste sparplan der hier refinanziert ist einfach nur von ausschüttung und zwar handelt es sich hierbei um über 30 euro 30 euro 26 sind da zusammengekommen einfach ein geiles gefühl dass man sagen kann jo ich habe den ersten sparplan quasi nur über passives einkommen im prinzip generiert und jetzt kann man eben auch diese dividende dieser ausschüttung die rein kommt auch sinnvoll weiterhin investieren und muss sie nicht irgendwie nur auf dem verrechnungskonto liegen lassen weil man eben einen sparplan ab 25 euro erstmal zusammen sparen muss im prinzip damit das ganze ja auch sinn macht ich hoffe dass das im nächsten jahr so weiter geht kann natürlich noch nicht so ganz abschätzen wie das sich entwickelt ich hoffe auch dass in diesem jahr nämlich im dezember schütten ja auch noch mal meine etf position aus dass hier auch noch mal einiges an dividende rumkommt ich bin mir ganz sicher dass wir auf jeden fall den vergangenen dezember schlagen werden ob es wieder über 30 euro wird ich wage mal etwas zu bezweifeln weil eben auch schon damals der oktober ein sehr starker ausschüttungsmonat war und natürlich wir haben es gesehen die ausschüttungen diesem jahr waren sehr schwankend generell ging es da mal hoch mal runter und ich hoffe auf jeden fall dass wir hier mindestens mal wieder über die 10 euro mark gekommen werden wie sieht es denn so bei euch an der stelle aus welche meilensteine habt ihr vielleicht in diesem jahr geknackt schreibt mir doch mal in die kommentare wie lange ihr auch schon an der börse insgesamt aktiv seid wenn euch dieses video gefallen hat dann lasst dem ganzen doch gerne mal ein daumen nach oben da vergesst auch nicht den kanal zu abonnieren und die glocke zu aktivieren hat verpasst wie gesagt keine weiteren neuen videos mehr das soll es mit diesem video an dieser stelle gewesen sein ich wünsche euch einen schönen vierten advent guckt euch unbedingt die anderen videos hier beim dino vent an und dann freue ich mich wenn ihr euch freut und das lösungswort herausfindet und damit hoffe ich auch dass ihr beim nächsten video wieder am start seit